Ja, also ich bin sehr zufrieden mit dieser Konferenz. Ich habe sehr viel mitgenommen, gerade die unterschiedlichen Blickwinkel haben mich sehr interessiert, der verschiedenen Branchenteilnehmer untereinander, die ja auch unter Umständen durchaus konträr sind und konfliktbeladen. Ich nehme sehr viel mit, was ich meinen Klienten, kleine Verlage, mittlere Verlage halt auch sagen kann, wie sie sich ausrichten können. Und da hoffe ich, dass ich einerseits ein bisschen beruhigen, aber auch ermutigen kann, dass sie halt was tun können. Und insofern bin ich zufrieden und nehme viel mit für mich.